So liebe Freunde, da bin ich wieder. Korinther TV mit Devilman Cry, die Hard, die, die Vieh, oder Definitive Edition. Ich hab mir gedacht, ich mach jetzt einmal den Turbo-Modus an, aber das mach ich ein anderes Mal. Jetzt gehen wir mal gleich weiter. Oh, jetzt hab ich vergessen, noch was zu zeigen. Oh, kacke, egal. Ganz ehrlich. Solche Kombos kriege ich nie im Leben hin, das könnt ihr mir so knicken, ne? Schon immer gab es Engel, schon immer gab es Dämonen und schon immer gab es Krieg zwischen ihnen. Vor neun Jahrtausenden erhob sich einer der Dämonen durch die Ränge, um die Macht über die dunklen Horden zu ergreifen. Der stärkste, der grausamste von ihnen, Mundus. Aber Mundus stand nicht alleine. An seiner Seite war sein treuester Feldherr, sein Blutbruder, Sparda. Doch Sparda hinterging ihn. Er verliebte sich in einen Engel, Eva. Die geheime Verbindung zwischen Engel und Dämon war unvorstellbar. Aber es geschah. Und so kam neues Leben. Zwillingsbrüder. Du und ich. Die kämpfenden Rassen der Engel und Dämonen in sich vereinend. Als Mundus von Spardas Verrat erfuhr, kannte seine Wut keine Grenzen. Er jagte die Liebenden. Eva tötete er mit eigenen Händen. Und Sparda erfuhr ein noch schrecklicheres Schicksal. Endlose Folter und Schmerzen. Doch obwohl Eva ein Ende gesetzt und Sparda auf ewig eingespart war, war der Grundstein für ihre Rache bereits gelegt. Den Legenden zufolge sind die einzigen, die einen Dämonenkönig vernichten können. Ein Hybrid aus Engel und Dämon. Nephilim. Und diese Hybriden gibt es nun. Dich und mich. Ja. Und deswegen finde ich das so cool, dass Dante sogar ein Kind geboren wurde. Doch es gab zwei. Beide Nephilim wurden gut versteckt. Und Sparda wappnete seine Söhne. Rebellion für Dante. Und Yamato für Virgil. Also, tötete Mundus unsere Mutter und sperrte Vater ein? Ja. Und wir sind der Nachwuchs von Engeln und Dämonen. Dämonen Vater und Engelsmutter. Wir sind Nephilim. Die einzigen, die den Dämonenkönig bezwingen können. Gut. Wie? Ein Taufelehrer. Ich geh zum Kommen! Verdammte Dämonenhelfer. Du hörst in den Limbus gezarrt. Ich suche Kat. Sie holt dich wieder raus. Halt durch! Ich geh zum Kommen! Ich geh zum Kommen! Wer kommt der? Verwüster! Jawohl, du Wohlensohn! Komm her! Die Dresche kriegst du von mir definitiv! Warte! Das war uns bereit! Komm schon! Wo ist das noch weiß? Manchmal bin ich selber erstaunt, woher ich das noch alles weiß? Also ein, zwei Sachen. Kommst du durch? Ich muss einen anderen Weg finden. Und jetzt kommen die wieder alle. Kommst du durch? Ach, du Hurensohl. Das finde ich immer so geil. Ich habe immer Angst, dass sie zu mir kommen und mich beißen. Ich habe immer Angst, dass sie zu mir kommen. Ich habe immer Angst, dass sie zu mir kommen. Ich habe immer Angst, dass sie zu mir kommen. Das Problem ist, da kommt man nämlich nicht hoch. Scheiße, ich hab das voll verplant, ey. Voll verplant, dass die Dinger sich ja noch drehen. Nicht lustig. Toll, da wär ich hochgekommen. So, jetzt geht's grad wieder ne Reise mit Limbo City. Du bist kein Mensch. Danke. Du bist kein Mensch. Danke. 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 Du bist kein Mensch, Dante. Du bist nicht ein Mensch. Das weiß ich selber, dass ich kein Mensch bin. So, das ist der Engelschub. Das heißt, ich kann, ich könnte zweimal springen. Und zack, bin ich drüber. Ein Dämonenschub gibt es, glaub ich, gar nicht. Tolle Aussicht hier. Können wir mich lang gewöhnen. Go, hier schon Häusle hinbauen. Nie wieder weggehen. Ich muss unbedingt meine Nase wieder putzen. Leute, meine Nase. Och, Mann. So. Ah. Scheiße verhüpft. Äh. Das hier nochmal. Das hier nochmal. Bin ich so blöde? So langsam kriege ich Sinn. So langsam kriege ich Sinn. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich dachte, ich fliege das hier gar nicht mehr hin. Ich dachte, ich fliege gleich hin. Ah, gut. Übung macht den Meister wieder, ne? Das ging mir alles wieder hin. So, das ist ja auch jetzt offen. So, fehlt jetzt, glaub ich, mir noch der Hals. Nö, wie der Hals fehlt noch nicht. Ich glaub, noch eins fehlt. Ich glaub, es gibt auch noch den Mond. Der Mondtrieb, das ist so ne Art Ausweichen, ne? Ja, das ist der Mondtrieb nochmal. Versuch mal den Fein so täuschen und unfurrlich getäuscht. Ohne Verkommen, er wurde nicht ohne Grund verscheidert. Ohne Verkommen, er wurde nicht ohne Grund verscheidert. Na, das ist mir klar, du Banane. Pothos! Fliegende Ratten! Ja! 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 Aber wenigstens habe ich S hinbekommen. Kat, bin auf dem Weg. Wie komme ich jetzt da hoch, ey? Ich will kurz nochmal gucken, ob ich irgendwie da hochkomme. Irgendwie glaube ich schon. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Doch. Klammer reingehen und gucken, was für eine Mission das ist oder was wir da machen müssen. Wer andere eine Grube klippt, töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Gegner können nur durch den Angriff anderer verletzt werden. Ah, okay. 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 Komm! Okay. Hey, hab ich sonst abgeschlossen. Hallo, irgendwie muss ich es ja meistern. Hallo, irgendwie ist es immer gut. Auch wenn ich momentan noch scheiße bin bei Devil May Cry, aber das ist mir so scheißegal, Alter. Bis ich das Haus wieder richtig gut rocken kann. Soweit ich alle Fähigkeiten wieder habe, wird es richtig abrasiert, ey. Das könnt ihr mir glauben. Eine Seele habe ich leider nicht gefunden und die hängt da oben fest. Ich glaube, man kann es auch hören, aber nee. Ach, das... Aber ich denke, dass sie da oben ist. Ich denke, dass sie da oben... Nee. So, gehen wir mal wieder schön zurück. Mundus Haus da, oder sind wir... Die mächtigste Investmentbank der Welt. Und wer leitet sie? Ronnys Mom. Ja, der hat ja Geld, der Affe. Äh... 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 Wie gehen wir vor? Das ist das Höllentor. Die Verbindung, aus der Mundus seine Macht schöpft. Solange er mit dem Höllentor verbunden ist, ist er unstaatlich. Doch wenn wir ihn fortlocken könnten, würden unsere Schwerter ausreichen. Und wie machen wir das? Und wie machen wir das? Seine Aufmerksamkeit wecken. Mundus ist engstirnig und impulsiv. Wenn wir ihn so wütend machen, dass er die Kontrolle verliert, wird er sich uns zeigen. Okay, also um Mundus zu töten, müssen wir ihn vom Höllentor weglocken. Und dazu machen wir ihn wütend. Ganz grob gesagt, ja. Und wütend wird er, wenn wir das Raptor News Network und Virility aus dem Weg räumen. Genau. Und womit sollen wir anfangen? Er ist Optimist. Muss mir den gut lassen. Er denkt nicht, er macht einfach zack, fertig. Oh, 100.000 Punkte habe ich. Zeit war, wie gesagt, nicht mein Ding. Fast alles gefunden. Das ist schon mal ein S-Wert. 1 Millionen Punkte. Das ist doch gut. 1,2 Millionen Punkte, bin ich noch stolz. Das ist gut. Das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Aber hier machen wir gleich wieder den nächsten Schritt rein. Das passt so, wie es ist. Das ist eine Mission, ein Part. Das passt gerade. Und wir sehen uns sofort da.